Ja moin! Schön, dass ihr wieder da seid. Dieses Mal eine kleine Szene, die mir heute so passiert ist. Und ja, was sagt ihr dazu? Hey, hack den mit dir! was soll denn das hier ist keine ecke hat sie hier ein handy in der hand also es ist leider sehr schwer zu erkennen sie lenkt auf jeden fall entspannt mit einer hand und ja sie hat definitiv nicht geguckt ist ja weiß ich nicht also wenn da halt autos stehen ich habe gebremst und ja sie hat mich halt eiskalt ignoriert sie wurde von passanten angemaut dass sie doch nicht mit 20 kmh um die ecke fahren kann und ja also was ist eure meinung dazu letztendlich war die frage nach der polizei und dem krankenwagen glaube ich eher eine frage ob es nötig ist und ja ich hatte halt leider einen termin und da ist mir einer da es mir einigermaßen gut ging habe ich halt drauf verzichtet im moment des unfalls hat das bein ein bisschen gezittert ist klar ich bin halt drauf geflogen und der ellbogen hat ein bisschen weh getan das rad war nicht kaputt also es war kein schaden zu sehen keine acht im rad nichts denn ja so schnell war ich halt auch nicht ich hatte vielleicht maximal 20 kmh drauf und hab noch gebremst mit mehr geschwindigkeit und ohne bremsen hätte das bestimmt anders ausgesehen die beule in ihrem auto ja die war jetzt auch nicht so groß und letztendlich hat sie halt einfach mal angst gehabt dass meine versicherung und ja und ja hauptsache denn die versicherung also die versicherung glaube ich war jedoch ziemlich wichtig ich habe mir natürlich ihre nummer geben lassen lustigerweise war die letzte noch geöffnete app irgendwie tik tok oder das war ihr ja keine ahnung bildschirmhintergrund und ja also mich würde interessieren hätte ihr sie davon kommen lassen wenn euch nichts passiert wäre oder hätte die polizei gerufen wie hättet ihr das geregelt und ja natürlich sowas kann passieren und gucken ist halt das a und o und ich bin halt froh dass mir nicht mehr passiert ist und ich sag mal sie hatte halt mehr glück als verstand